Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Call of Duty 6 Modern Warfare 2 und ja, es sind immer noch Ferien in Hessen, komischerweise ein Scherz und ich glaube in ganz Deutschland im Moment und ja, ich trinke erstmal einen Schluck in der Anmoderation, ganz schlechte Idee und ja, wie man hört bin ich immer noch krank, das heißt es ist heute immer noch Mittwoch, einen Tag vor meiner, ähm, Ethik-Klausur, genau, Ethik-Klausur, morgen, nein, und ich bin noch ein bisschen am Ragen in meiner Mathe-Klausur, die ich heute wieder bekommen habe, aber egal, ich glaube das interessiert von euch hier keinen, naja, ja, ähm, was wollte ich jetzt erzählen, ja, ich hab's vergessen, naja, dann trinke ich jetzt nochmal einen Schluck. Oh ja, Wasser ist das göttlichste. Ja, es tut mir leid, dass ich immer noch krank bin und ich versuche das so schnell wie möglich zu beheben, aber im Moment geht's halt nicht anders, da ich für meinen Urlaub, der nicht so weit weg geht, aber auch cool wird, ähm, voraufnehmen werde, heute müssen tun. Und ja, dann, würde ich sagen, beginnen wir gleich erstmal. Oh, fast falsche Taste gedrückt. Oh ja. Okay, wo sind wir hier? Price. Oh, wir sind hier irgendwo in Russland oder so. Warum hat der in England Zeichen auf der Hand? Naja, egal. Das ist auch ne geile Absperrung mehr im Map. Oh ja, ich hasse auch Hunde. Oh man, ich hasse Hunde, ernsthaft. Also, jetzt zumindest in dem Spiel. Boah, die haben aber auch einen guten Fast hier auf dem Schnee drauf. Was ist das? Ich darf die jetzt snacken? Komm schon. Die zwei von Ihnen machen eine Zigarettenpause. Jeder von uns erledigt einen. Oh ja. Oh. Gut. Lass sehen, dass es dich auffällt. Bereit. Alle auf einmal ausschalten. Übernehmen Sie den links und seinen Hund. Wer ist denn Hund? Drei. Aber jetzt muss erst mal wieder atmen, ey. Ich hab zu lange gewartet. Oh ja. Nice. Sehr schön. Ich bleib mir hier im Gebüsch, falls jetzt irgendwer kommt. Was habe ich noch dabei? Oh, Taktik, Messer und. Schnell mal hier rüber. Hier ist man ungeschützt auf der Brücke, würde ich sagen. Wo ist er überhaupt noch so da? Hier kann man sich auch gut verstecken. Was machen diese Skigitter hier an der Seite, frage ich mich. So, wir hatten falsche Information. Die Russen haben mobile Raketenstellung. Wörter. Haben Sie einen Transportmedien? Oh. Ich bin da. Ups. Upsala. Upsala. Ja, ich bin schon in dem Wald drinnen. Na geil. Hat mich ein Baum getroffen. Ich hab einen Baum getroffen. Jetzt kommt wieder diese hässliche BTR. Alter. Aufpassen, dass mich keiner von den hässlichen Bäumen trifft, ey. Warum rennt ja eigentlich nicht durchgehend, dieser Scheißspöp. Oh, ja. Oh, ja. Alter, ich bin so blöd. Sie sind verletzt, gehen Sie in Deckung und tot. Oh, mein Gott. Ich stelle mich da natürlich auch total im Weg. Jetzt kann ich zwar nichts mehr sehen. Halt dich vor. Was sagt der? Ach, keine Ahnung. Boah, ich hasse es. Scheiß Hunde, ey. Drei-Mann-Patrouille direkt voraus. Ausschalten oder nicht. Ihre Entscheidung. Ausschalten. Oder? Ausschalten. Gut gemacht. Hallo. Ein Magazin auf alle drei. Na egal. Der guckt mich nicht an. Puh, das ist schon lustig hier. Haha, sehr lustig. Große Patrouille auf 12 Uhr. Schallgedämpfte Waffe verwenden. Wir müssen sie gleichzeitig erledigen. Übernehmen Sie die zwei rechts. Die Lappens? Alter, scheiß Hund, ey. Wow. Noch eine Hundestreife. Ausschalten oder vorbeischleichen. Ihre Entscheidung. Ähm. Ähm. Hundelappen. Vorbei. Lass sie vorbeiziehen. Ja, lassen wir sie ziehen. Wahrscheinlich wäre im Endeffekt ausschalten die bessere Idee gewesen. Weil wir die gleich jetzt wieder vor der Backe haben. Der Backe. BZW. Lass ihn laufen. Alter, wie blöd kann man denn sein? Kommste. Muss denn ja laufen. Puh. Ja, das ist immer die Frage, wo ist sie? Auf der Unterstützung. Oh ja. Oh ja. Wer hat die Predator? Wir brauchen noch eine Predator. Rutschen. Wui. Und gesprungen. Ja, das ist doch mal schön. Hat das denn meine? Ja, da lagen doch schön Waffen rum. Aber wir müssen los. Die Explosionen werden ziemlich viel Aufmerksamkeit erregen. Nein. Überhaupt nicht. Boah, eine AOG ist schon göttlich irgendwie. Boah, ich stehe übel auf die AK. Äh, AOG. Ah, den hab ich übersehen. What the fuck, der kommt mehr. Nein, lauf, 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 lauf. Boah, Glück gehabt. Jetzt kommt der Boss. Oh. Alter, wo kommen denn die ganzen Lappen her, ey? Ah, von hinten kamen auch noch welche. Nein! Nein, überhaupt nicht. Oh, da ist jetzt auch noch einer. Ghost ist hier. Oh ja, Ghost ist der Geilste. Tod. Kein Bock auf so einen Schluchtenkampf wie eben, ey. Lauf, 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 lauf. Ja, perfekt. Oh, oh. Der Raketenwerfer ist gut rübergeflogen, ne? Oh ja. Da hab ich's geschafft. Oh, ne. Äh. Hehe. Doch. Oh ja. Ähm, was greif ich denn jetzt erst an? Oh, fuck. Habe ich jetzt das Richtige abgeschossen? Hoffe ich mal. Ey, das war einer von meinen Will. Oops, sorry, man. Ah, von wer werd ich ihn getroffen? Ähm, ähm. Oh ja. Ouch. Ouch, da muss ich jetzt nicht unbedingt runterspringen, Johannes. Oh, Ghost, man. Am Opferd kann ich hier mal schießen. Schnell. Das waren zwei und ich hab das nämlich gesehen. Neeee. Wo bist du, Loser? Alter, das war schon wieder einer von meinen. Sorry, Junge. Äh. Äh. Nö, das waren eigentlich mal auch keine von meinen, aber ist ja egal. Spacken. Spacken. Wo kommen denn die ganzen Loser her? Die sind nicht irgendwie alle gleich angezogen oder so. Na geil. Ah, Hammer. Ja, Hammer. Gehen wir mal hier hinter. Von wo? Wo? Spacken. Spacken. Da hoch, schnell. Lauf, 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 lauf. Ghost, ghost. Gib Gas, Mann. Gib Gas. Okay, mit dem O-Bond. Deckung geben. Ich brauche ein paar Minuten. Erstmal hinhocken. Hinhocken und den blöden Raketenwerfer nehmen. Habe ich doch gerade. Nehm ich so lange erstmal die hier. Komm schon. Komm schon. Ja. Ups, das war ich selber. Nein, warum? Ich wurde getroffen von irgendeiner Seite. Hallo, hallo, hallo. Sie sind verliebt. Gehen Sie in Deckung. Nein. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wiederhole, Rakete online. Boah, knutsch mir mal die Eier. Lauf da hoch, lauf da hoch, lauf da hoch. Lauf da hoch. Spacken. So, erst mal schnell die Predator. Ja, ja, passt schon. Uiuiui. Bevor die Wichser aussteigen, ja. Komm schon, mach hin. Oh ja, Rakete erst mal wieder hoch. Hat mich einer getroffen. Walter, nervt mich nicht. Wer trifft mich denn die ganze Zeit? Oh, Mann. Oh, als erstes mal. Alter, ich glaub, das weiß der. Oh, oh. Alter, was machst du für ein Scheiß, Junge? Oh, oh. Gut. Alter. Ach, du Scheiße. Upsala. Also ist der Wichser doch auf der Seite der Russen. Oder was? Na ja. Da das jetzt bestimmt ist, will ich jetzt noch sehen, wo die Rakete hinfliegt. Ah, keine Ahnung. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Und haut rein, Leute. Tschüss. Becase Sie soON werden. Überläastwydd wifeus. Das ist ja, ich ICS.